Hallo zusammen! Ja, heute komme ich mal mit einer Bitte an euch. Viele von euch wissen ja, wie genervt ich von dieser Brille bin. Die habe ich jetzt, glaube ich, schon bestimmt acht Jahre mindestens. Damals war mein Gesicht, denke ich, ein Tick schmaler. Da passt sie noch besser. Ja, inzwischen habe ich das Gefühl, ist sie zu klein für mein Gesicht. Passt von der Gesichtsform her auch nicht, dieses Ovale. Dann ist sie mir häufiger runtergefallen in letzter Zeit oder ich habe mal irgendein Spielzeug im Gesicht gehabt oder einen Fuß oder irgendwie sowas beim Toben mit meiner Tochter. Das hat natürlich auch nicht geholfen. Dann habe ich diverse Kratzer, also nicht keine großen, aber leichte Kratzer und die nerven einfach. Und ja, jetzt habe ich mir bei Brille24 mal einfach, da kann man sein Foto praktisch hochladen und ein paar Brillgestelle aufprobieren. Und das habe ich jetzt einfach mal gemacht, habe die Fotos kopiert mit den verschiedenen Brillen. Ich muss gestehen, die sehen alle relativ ähnlich aus, weil ich natürlich eine Richtung habe, bis auf zwei. Die solltet ihr aber auch erkennen, die nicht da wirklich zugehören. Und ja, die habe ich euch jetzt mal zusammengeschnitten. Dazu schreibe ich den jeweiligen Namen des Brillengestells. Und es wäre ganz, ganz toll, wenn ihr einmal schauen würdet, was euer Favorit für mein Gesicht wäre. Jetzt nicht, welche Brille ihr am besten für euch fändet, sondern was ihr meint, was mir am besten steht. Und das bitte einfach mal in die Kommentare. Einfach nur den Namen des Brillengestells. Das fände ich schon echt super. Und dann überlege ich mir, ob ich mir, ja, eine Brille, eine neue, da bestelle. Hm. Also. Jetzt kommen die Brillengestelle mit meinem Gesicht zusammen. Das Foto ist jetzt nicht das Beste qualitativ, weil ich das irgendwie auch alles recht klein halten musste. Und ja, aber ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mitmacht und mir bei der Auswahl ein bisschen helft, weil das fällt mir wirklich schwer. Ja. Los geht's. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.